Willkommen zum Champ-Spiel, positive KD, nice Runden, auf jeden Fall empfehlenswert, hoffe dir gefällt's, liken aber die nicht vergessen und jetzt ganz viel Spaß. Ja, ich komme, ich mach das, sorry. Ist eine Inside-Chin zu neben dir? Nice, geh dich healen, geh dich healen. Einer kommt hier, einer kommt im Feeding, der macht irgendwas hier auf. Wegthauer. Ja, die breachen Attic. Breachen Attic jetzt. Ja, wenn die beide Attic sind, dann haben wir alle in der Welt. Daneben, er. Window, am Window, am Window, Niff. Ja, am Window bei mir. Nice. Cool, naja. Schön, naja. Okay, ihr auch. Kann ich aber noch raus zuerst. Wie klappt das, Alter? Was ist das denn, wenn der wilde Valkyrie käme? Ja, hier, der kommt gleich nach unten. Die kommt runter, Lineway. Ich möchte noch einen Cam zur Not. Ich möchte noch mal drücken. Nomad. Letzter war mir. Hier oben war er. Die Treppe hoch jetzt. Wahrscheinlich über mir. Glaubst du Treppe, Treppe? Das ist jetzt mal zu viel. Wie ist das schon? Ich bin eh doch schon. Ich bin eh doch schon. Ja. Habe ist echt nicht schlecht. Habe ist echt nicht schlecht. Ach so, er hat den gespürt. Das wusste ich nicht, deswegen. Ich hab auch Nomad einfach geholt. Mit der Pump. Mit der Pump? Ja, ja. Die ist gut, die Pump. Ja, die ist wirklich schon nicht weit. Hier Jungs, alle drei gespürt. Oh! Amor ist oben. Sieht hoch. Richtig. Ich hab Blitz. Ich hab gar nicht gesehen. Thunderbolt. Ja, Bro, sie hört mich. Ja, schon an den Stairs. Hier an den kleinen Mini Stairs da. Back inside. Yellow ping. Back inside. Hier, hier. Oh, er hat mich. Er hat mich. Schade. Ich kann nichts machen. Alles gut. Schade. Sorry, der Gast. Ja. Zwei Runden. Perfekt, komm. Aber trotzdem was. Ich glaub, der hat ja nicht. Ja. Also, wir sind aktuell im Champ-Spiel. Wenn ich das gewinne, dann hätte ich's vielleicht. Wer geht denn jetzt noch Preacher, Jungs? Wollen wir ohne... Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob Maverick, ob er breachen will mit dir, oder ob du die Kids, äh... Wir gehen über Attac. Wir müssen das machen, vorne. Dann meint hier vorne. Na, Main Bridge. Also, halt hier? Ja. Oder Attac. Main Bridge. Nee, wird jetzt ganz hell. Eigentlich begeh ich's mit Speed. Frost ist genau hier am Ping. Ist rein, ist uns rein auf Objective gegangen. Frost immer Objective. Und, ja... Die Kiens. Die Kiens. Die Kiens. Ist die Kiens reingerannt? Die Kiens. Deine Seite ist weg. Einen die Kiens. Der hat mich ge ge natet. Motze. im kids ja schon richtig mozzi in kids let's in kids in kids immer noch in kids weil tim tim hat das schlafzimmer abgames durch kids da ich bin ich raus hat ja ja passt kommen kommen jungs jawohl Jawoll. Ähm, so. Warte. Okay, bleiben zurück. Ja. Ich glaub der ist bei mir ganz oben. Muss er. Warte mal. Nice. Warte mal. Was noch eine Drohne? Oder ruf mal an. Am besten. Ich ruf an, ich ruf an, ich ruf an. Warte, soll ich die vordrohnen? Hab. Chill, chill. Pass auf, Hedge ist offen. Einer Hedgex. Die Frage ist wo? Einer ist unten, einer ist unten. Alle Attic Rotation. Unter Attic. Keiner. Oh, Aruni ist immer noch bei, grad hier beim Breach. Immer, er hat den Sasami Ding gemacht. Hinter dem Sasami hier. Ist er weggerannt? Ich plant ihn. Save mich. Boah, Lesen ist immer noch Trophy. Nice. Ich weiß, jetzt fühlst du aber gar nicht mehr so special an. Das Tier hat sich viel geiler angefühlt. Aber das genießen wir jetzt auch noch mal. Schnell rausquitten. Schnell rausquitten. Schnell rausquitten, dass man sich gesehen kann. Ja, einfach besser, oder? Auch positiv. Jam spielt 4-2. Das sind halt die NA-Server. Ja. Die sind maximal los. Start mal bitte direkt, wenn ich auch jump. Ah, wenn ich nicht auf die Zaubern. Das drehen wir nicht mehr an. Doch, also, guck mal, das ist easy. Hey! Hahaha. Voll Spaß. Nice. Drei Punkte. Dreh. Hey, Digga. Nein, Leute. Ich hab plus 50 bekommen. Wenn ich jetzt nicht plus 51 bekomme, wenn ich nicht starten. Danke, Sinix. Danke, Penny. Danke. Vielen Dank. Danke, Traversi. Danke, Jungs. Danke, Jungs.